Trinkt mir noch nicht viel. Nee, ich glaube auch nicht. Oh oh, ich bin in der Lava. Du, sie bist in der Lava. Was machst du da? Oh, ich bin auch in der Lava. Scheiße. Du bist tot. Nö. Nicht du. Dieses komische, große Skelettvieh. Schon wieder so eine Scheiß-Voodoo-Puppe, gell? Ja. Oh, Roffel. Du bist tot. Aber sowas von. Ellie konnte das Feuer nicht löschen. Ja, soll ich auch kommen? Mal gucken, ob wir was herstellen können. Äh, kannst du machen, ja. Aber dann musst du sterben. Ja. Ja. Ja, von mir aus. So. So. Play, es spielt gern mit Mangma. Halt dich für ein Gerücht. Auch. So. Guck mal, hier. Ich hab doch irgendwo hier noch zwei Mannekin gehabt. Da. Einen stell ich mal hier hin. Das kriegst du von mir und das kriegst du von mir. Seel der Nacht. Mithril-Ad. Dreck. Dreck. Feuer bitte weg. Dornentrank. Ja gut, okay. Kann man gut gegen Bosskampf gebrauchen. Ne? Bombe braucht kein Schwein. Gut gegen Bosskampf gebrauchen. Okay, gut. Dann stellen wir mal her. Du wirst jetzt ein paar haben, oder? Ja, aber auch hundertprozentig nicht ausreichend, Blaze. Hast du den Rest von oben auch genommen? Ja. Guck mal, wir konnten 19 Bachen damit herstellen. Jetzt haben wir 37. Und 24 allein braucht man schon für die Brust. Hoffe. Dann mach ich grad mal die Brust, so. Und ich kann schon mal einen Helm, könnte ich schon mal herstellen. Aber das bringt ja nichts. Gut, die Brust haben wir schon mal. Guck mal, wie viel Abwehr hat denn die Brust? 14. Was macht die noch? Gar nichts. Nur im Set halt. 6% erhöhter Schaden. Hm. Das bringt's nicht. Dein Set dafür aufzugeben, bringt's niemals. 20% Chance, Munition nicht zu verbrauchen, ist mein Set. Ja, das ist schon mal etwas. Ich hab ein Bonus-Set um 17% reduzierte Mana-Nutzung. Ja. Gut, dann fahren wir nochmal runter. Wir brauchen's. Oder wir machen halt mal einen Boss. Hier so einen einfachen, weißt du, Auge von Cthulhu. Ja, dann macht das. Ja gut, dann müssen wir aber, muss mal gucken, wie das Ding nochmal hergestellt wird, dass wir den rufen können. Dich Wuchtel. Das Ding haben wir doch. Ne, aber nur für den normalen Auge. Doch nicht für den Hardcore-Auge. Wenn wir für Hardcore-Auge müssen... Ne, ne, da musst du gucken. Da kommt nur das normale Vieh. Kriegs-Emblem. Den, 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 den. Den, 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 den. Kork ruft das Auge von Cthulhu herbei. Gut, Cthulhu. Gut, Cthulhu. Da ist so ballast, die ganze Zeit gegen die Wand. Stimmt. Bist du gerade am gucken? Ja. Muss einfach bei Bossen gucken, sonst siehst du es. Ja, hab ich. Don呢. Den, den, den. Den, 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 den. Den, den, den. Ding! Pschu! 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 Mhm, mhm, mhm! Boing! Boing! Aha, aha, aha! Und? Wird nix! Doch, hab schon mal gesehen! Bitte? Was ist das Ding? Muss da stehen! Das Mut da stehen! Warte mal, kurze Aufnahmenpause! So, da sind wir wieder! Wir haben das Auge jetzt hergestellt! Das Gegenwind interessiert mit Kupferbachen, Eisenbachen und Soul of Light! Sieben Stück, zum Glück hatten wir noch neun! Ähm, hier ist gar nicht zu Ende geworden alles, gell? Es muss aber dunkel sein, gell? Stopp! So! Das ist volles Kriegsgebiet hier, gell? Das war alles voll zerstört! Alles kaputt Guck nochmal, was man mit dem Verzauberen Bumerang machen kann Irgendwie kann man den stärker machen Bumerang Ja, den Bumerang Den kann man irgendwie mit irgendwas kann man nicht stärker machen Ich glaube mit Höllenstein war es Aber bin mir nicht mal ganz sicher Wenn es Höllenstein war, haben wir sowieso zu wenig Bäng Wer ist das Ding? Bumerang Glaub nicht Was glaubt nicht? Er findet nichts Also bei mir heißt das Ding Bumerang Verzauber der Bumerang Guck einfach mal bei Wurfwaffen Sag mal, wenn Nacht wird, dann komme ich hoch Verzauber der Bumerang Hier haben wir So Den, 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 den Aus dem verzauberten Bumerang kann man den 15 Höllensteinparen den Flammenrang herstellen Dann kannst du den Bumerang herstellen Und wie macht man den? Gar nicht Bitte? Dem du Batman guckst Ach, den Batman Ring meinst du hier? Bumerang 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 Sag mal, wenn es Nacht wird, weil ich hole gerade mal hier Höllenstein Einziges, was wir überhaupt gar nicht mehr haben, gell? Wird Nacht Babbel nicht Wirklich? Doch, ohne Scheiße Beter Boah, ist noch voll lange Zeit Ne, ist egal, mach schon ein anderes Mal dann Oder haben wir irgendwo noch hier Vielleicht was rumfliegen Hier nicht Oh, da haben wir die Scheiße doch noch, oder? Ne, wir haben noch einen Höllenstein und einen Höllensteinerz Okay Ist mein Fallschaden? Nein Nein Kriegen wir nicht mehr Das Lagerprinzip hier bei uns hier oben ist wie bei den Ludolfs Ja Ich habe immer noch einen Dosenöffner, gell? Du hast immer noch den Dosenöffner Sieht so hässlich aus, wie kann man denn so ein Schwert machen? Sag mal, deine Waffe sieht irgendwie anders aus als sonst Die ist irgendwie größer Was hat du? Du hast irgendwas geändert Nein, habe ich nicht Nein Oh Mann, das gibt Mana-Problem, ey Achtung Da bleibt Sound von dir Ja Und Jetzt ist Mana weg Und Jetzt ist Mana wieder voll Das Ding hat keinen Sound bei mir Nein 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 Mann Bei mir macht's tschu 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 Hä? Leer Ja Jetzt ist leer Jetzt wieder voll Das Ding ist leer Ja Dann 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 Wenn's von Nacht Nee, gell? Muss erst die Musik sich ändern Ja So, wer ist hier praktisch gestorben? Duck Alley wurde ermordet Duck Alley stürzt in den Tod Wenn nicht, kann mit denen hier durchs Fenster einkaufen Ja, das geht auch Guck Natürlich ist die Stickerei schwierig Wenn es nicht schwierig wäre, würde es niemand machen Das macht es so großartig Oh, guck mal, der hat Clowns Der hat jetzt einen Clownshut, ein Clownshemd, eine Clownshose zu verkaufen, der Kerl Ja Ja Guck mal, das Ding ist an jetzt hier Was ist an? Äh, Nacht Erst Nacht, gut, okay So, ich mach jetzt, ja? Bist du bereit? Ja Ich hab Angst, dass es einfach nicht funktioniert, gell? Gar nicht, mach einfach Oh mein Gott Der macht Schaden Äh, welcher mussten wir zuerst töten? Ich hab keine Ahnung Gehen einfach beide Ich hab keinen Mana mehr Wer ist auf die grünen? Grün? Bei mir ist keiner grün Das ist die grüne Linse meine ich Achso Ich hoffe, ich hab keinen Mana mehr Und die geben keinen Mana Die dreckischen Wichser Komm, komm, komm Gib mir Mana Ich muss kurz warten Jetzt Huah, da, da Da Wo bist du? Auf da oben Tchu 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 Weil die müssen beide gleichzeitig down gehen Weil die müssen beide gleichzeitig down gehen War da nicht, was? Ich glaub wir spielen keinen WoW, oder? Schroffel Ich weiß nicht, keine Ahnung Ich weiß auch nicht wer Aua Die haben ganz schön viel AP, diese Kerle, gell? Ja, und ich bin gleich tot Lass, denk dran Wir dürfen nicht gleichzeitig tot gehen Ja, ich bin gleich tot, gell? Ja, okay Ich bin hier Ich halt mich grad mal ein bisschen zurück Also ich sterbe jetzt Ja, okay Komm schnell wieder und heil dich, gell? Ja, ich bin auf weg Leider dauert es noch Ja, verarscht Auge Ja, du kriegst mich nicht So, ja Ich hab keinen Mana, ich muss kurz stehen bleiben Komm, gib mir Mana, komm, 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 jetzt Willst du? Da oben Das ist aber nicht der Grüne Oh, der Grüne ist schon Assi Ja Jetzt könnte es sein, dass ich gleich sterbe Obwohl, ich hab noch einen Regenerationstrang da Der sprüht schon scheiße auf mich Okay, ja Jetzt wird der andere auch Assi Mach mich doch glatt, Mann BAM 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 Alter Du bist wieder tot Okay, ich tu ein bisschen rumstehen Damit ich Mana, äh Zeug wieder bekomme Leben, damit du sterben kannst Okay Alter, ballert der rum Ja Gehen wir noch kurz Tchub, 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 tchub Bist du wieder da? Ja, ja Ich würd nämlich gerne mal reingehen und mich heilen lassen Ja, dann mach das Oder ne, ich hab gleich ein... Nein, oh mein Gott, ich sterbe gleich Oh Überlebt Glück gehabt Wo bist du? Du darfst nicht ganz so weit weg Du bist weg Ja Du musst nur ausweichen Ich bin gleich tot Ich bin gleich tot Wie sieht's bei dir aus? 200 HP Der Teil verfolgt mich so hart Hau ab Hau ab Oh mein Gott, du wirst getötet, du wirst getötet Komm, 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 komm wieder Ich bin wieder da Nur schnell zur Kranken, Tussi Komm, 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 komm Ich bin da, ich bin da, ich bin da, keine Angst Lass mich schnell zur Kranken, Tussi Okay Okay Bin tot, ne? Ja Weisch aus Tut mir leid, aber sie schafft nicht Geld Waffe Gewollt Oh mein Gott, der kriegt mich gleich Oh, Alter Wo bist du? Dieser Mistkerl, Mann Ich hoffe, kein Mana mehr, kein Leben mehr Ich geh mal schnell rein und heil mich Ja Ich hoffe, ich überlebe das Ich hoffe, ich überlebe das Ja